Auf dem Foto sehe ich vier junge Frauen. Sie sitzen in einem Restaurant und trinken Campagna. Erst ich denke, dass eine Bachelorette Partei ist. Oder eine Frau haben Geburtstag. Zwei, sie essen Fisch. Fisch ist gesund. Ich finde, dass sie sich ernähren haben. Drittletzte Woche war ich mit den Freunden in einem Restaurant. Mein Freund hatte Geburtstag. Ich habe ihm ein Geschenk gegeben. Wir haben Pizza gegessen und Saft getrunken. Auf dem Foto sehe ich vier junge Frauen. Sie sitzen in einem Restaurant und trinken Campagna. Erst ich denke, dass eine Bachelorette Partei ist. Oder eine Frau haben Geburtstag. Zwei, sie essen Fisch. Fisch ist gesund. Ich finde, dass sie sich ernähren haben. Drittletzte Woche war ich mit den Freunden in einem Restaurant. Mein Freund hatte Geburtstag. Ich habe ihm ein Geschenk gegeben. Wir haben Pizza gegessen und Saft getrunken. Ich lass mich aber aus ihren Schiff. Ich heurege dich. E الل been. Vielen Dank.